Streetlight, so heißt ein Musical, das kürzlich in der Grazer Helmut-Listhalle Premiere hatte. Das Besondere daran, erarbeitet wurde das Stück von rund 200 Schülern und Schülerinnen des Grazer Översee-Gymnasiums unter Anleitung von Mitgliedern der weltbekannten Performance-Truppe Jen Rosso. Es geht um die Geschichte eines amerikanischen Jugendlichen, der seine Ablehnung von Gewalt mit dem Leben bezahlt. Streetlight steht für ein friedliches Miteinander. Auch für die beteiligten Schüler stand neben Tanz und Gesang das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund.